Hallo ihr Lieben, das ist ein Video rein zu mir und meiner Vogelwuhiden-Persönlichkeit. Im Grunde ist alles, was ich hier mache, nur was zu mir und meiner Vogelwilden. Also dieser ganze Kanal kreist und dreht sich nur um mich. Sagt eigentlich nichts über die Welt aus, sondern nur über mich. Dieses Video jetzt hier ist von einem ganz recent, also einem kürzlichen Treffen motiviert. Ich habe mich vor kurzem mal wieder mit einem alten Freund getroffen, den ich lange nicht sprechen konnte in der Form. Wir saßen ein paar Stunden zusammen und haben gequatscht. Und ja, also es war sehr belebend und erfrischend. Und ich muss sagen, also ich bin echt allen Menschen dankbar, die mich überhaupt aushalten in meinem Nahumfeld. An allererster Stelle natürlich meiner lieben Familie, aber auch Freunden. Denn das ist nicht so leicht. Ich bin ein wirklich, wirklich schwieriger Mensch. In der Hinsicht, wenn man das sich so ein bisschen vorstellen will, ich bin a, hyperempfindlich. Dann so latent depressiv eigentlich die ganze Zeit. Und b, wenn ich gut drauf bin, eigentlich schier unerträglich. Also in meinem Kreis wird das so diskutiert. Man weiß nicht, wann er schlimmer ist, wenn er down ist oder wenn er seine manische Phase hat. Also so, wann ich schlimmer bin, das ist so ein bisschen rätselhaft. Aber die Tendenz geht noch unerträglicher, als wenn ich schlecht drauf bin, bin ich, wenn ich gut drauf bin. Und ich kann das bestätigen. Das ist wahrscheinlich so. Ja, also ich bin ein ganz, ganz merkwürdiges Menschlein, ein wirklich vogelwildes Menschlein. Aber bei näherem Hinsehen, das macht nichts, ist eigentlich jeder Mensch sehr, sehr merkwürdig und sehr, sehr wild. Also ich würde jedem Menschen eine vogelwilde Persönlichkeit unterstellen. Vielleicht ist das bei mir nur etwas offensichtlicher und liegt etwas mehr an der Oberfläche. Und bei anderen Menschen ist das etwas versteckter. Bei mir ist es kein bisschen versteckt. Also zumindest die Leute, die wirklich nah an mir dran sind, wissen das. Und ja, also ich bin auch die Art Mensch, die man nicht zum Feind haben will. Aber man weiß nicht, ob er mich vielleicht noch ungerner zum Freund haben will. Also wirklich, ich kann nur sagen, ich bin wirklich dankbar, meine ich vollkommen ernst, alle, die noch da sind und noch nah an mir dran sind. Weil alle diese Menschen haben beträchtliche Nehmerqualitäten. Weil ohne das hältst du mich gar nicht aus. Und kannst auch mit mir gar nichts anfangen. Ja, also es ist unerträglich. Wenn ich mal anfange zu reden, kann man mich zum Beispiel gar nicht mehr stoppen. Ich kann jeden in Grund und Boden reden, wenn ich möchte. Mache ich nicht. Ich bin nämlich eigentlich ein Introvertierter. Das gehört auch dazu. Und eben hochempfindlich. Also das ist natürlich auch die Basis all meiner Videos über persönliche Empfindlichkeit. Weil ich selber wahnsinnig empfindlich bin. Und gleich, also hochsensibel, auch hochsozial. Ich bin auch super prosozial. Ich habe mal so Tests gemacht, wo man auch seine eigenen psychopathischen Anteile misst. Und seine negativen Seiten und dunklen Seiten. Da kommt bei mir immer raus, ich dürfte psychopathischer sein. Ich habe immer gedacht, ich bin ein Psychopath. Nee, bin ich nicht. Ich bin es eher zu wenig. Und ich bin auch viel zu wenig machiavellistisch. Narzisstischer Anteil, da bin ich so im Mittelfeld, also gesunder Durchschnitt. Also ich bin nicht sehr viel narzisstischer als der Durchschnittsmensch, aber auch nicht sehr viel unnarzisstischer. Also mein Narzissmus bin ich so im durchschnittlichen Bereich. Aber psychopathisch bin ich nicht genug und machiavellistisch bin ich auch nicht genug. Also wer diese dunkle Triade kennt, kann das ungefähr einschätzen, was das heißt. Gleichzeitig bin ich ein trotzdem extrem unerträglicher Mensch. Trotz meiner stark prosozialen Seite. Wahrscheinlich über die Empfindlichkeit und geringe Stressresilienz, die ich mitbringe. Also ich habe so eine extrem aktive Amygdala. Cortisol springt immer wahnsinnig schnell an und springt und baut sich wahnsinnig langsam ab. Also ich bin so, auf Bayerisch würde man sagen, so ein Stresswimmerl. Und ja, das ist sehr interessant, aber ich bin gleichzeitig, also zum Beispiel, wenn ich in den Aggro-Modus schalte, was ich durchaus so kann, dann ist es echt ungut, auf der anderen Seite zu stehen. Davon können auch alle berichten, die mal früher in früheren Jahren gegen mich Fußball gespielt haben. Die wollten nämlich nie meine Gegner sein. So ein Spieler bin ich. Also ich wäre so eher der, wenn man jetzt aktuell Fußballer nimmt, vielleicht so der Andrich-Typ im Team. Mit dem Iro und so. Mit dem jetzt mittlerweile pinken Iro. Also das bin so ich. Eher so der Zerstörer. Ja, der auch sehr lustvoll zerstört. Oder um es noch mit einem viel zu großkotzigen Zitat zu sagen, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Also ich bejahe das Negative und habe sehr viel Freude und Spaß am Negativen, auch am Widerspruch und an der Kritik und an den Grenzen und an den Problemen. Ich mag Probleme. Ich mag das Problematische. Wenn es keine Probleme gibt, langweile ich mich extrem schnell. In vielen Jobs hat man mir nach kurzer Zeit immer die größten Problemfälle übergeben, weil ich die wollte und mich nicht hinreichend gewährt habe oder so äußerlich ausgestrahlt habe, dass ich das möchte. Hat mich dann auch oft überfordert, muss ich ehrlich gestehen, weil viele Probleme, die wir in vielen Sozialsystemen haben, sind so groß, dass sie auch ein Mensch wie ich, der Probleme liebt, dann davon überfordert ist. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Also ich wollte nur sagen, ich bin ein hochproblematischer Mensch in jeder Hinsicht und liebe Probleme und liebe das Problematische und das in einer sehr, sehr verschwurbelten, sehr, sehr selbstwidersprüchlichen Form. Also ich bin alles andere als ein ausgeglichener Charakter oder so. Also wer Ausgeglichenheit sucht, ist bei mir an der falschen Adresse. Ich kenne solche Menschen, also ich habe auch solche Menschen in meinem Umfeld. Haha, Überraschung, weil nur die halten mich aus. Also ich habe extrem ausgeglichene Menschen um mich herum, die allesamt eine relativ gute Lebenspraxis haben, relativ geerdet sind, relativ ausgeglichen sind. Das gibt mir die Möglichkeit, es nicht zu sein. Wer die menschliche Dynamik des sogenannten diametralen Auslebens kennt, weiß, warum das so ist. Diametrales Ausleben sollte man kennen, das ist nämlich ein Grundprinzip des menschlichen Zusammenlebens. Wenn ihr noch nie was von diametralem Ausleben gehört habt, informiert euch jetzt, was es ist. Ich habe es in einem total abseitigen Buch gefunden, in einem eher, ja, weiß ich ja nicht, was das ist, vulgär Beratungsbuch, das nicht sehr tiefgründig ist, aber trotzdem sehr viel Spaß macht. Wahrscheinlich genau deswegen, weil es gar nicht erst versucht, tiefgründig zu sein. Und dort habe ich diesen Begriff des diametralen Auslebens gefunden, habe mich spontan in diesen Begriff verliebt, weil er so viele Phänomene auf den Punkt bringt und eine so zentrale Kategorie des menschlichen Lebens bringt, dass es fast absurd ist, dass ich so ein Buch lesen musste, um auf diesen Begriff zu stoßen. Also warum wir nicht alle in der ersten Klasse der Schule als erstes was über diametrales Ausleben hören, werde ich nie verstehen. Also es gibt fast nichts Wichtigeres, was noch wichtiger wäre zu kennen, vielleicht außer der Losdemokratie oder so. Und dass man die versteht, warum es die gibt und warum es die braucht und wie die funktioniert, ist vielleicht noch wichtiger, aber gleich danach kommt diametrales Ausleben. Sollte jeder kennen, kennt aber kaum jemand. Die wirklich wichtigen Dinge sind im menschlichen Leben unbekannt und ich liebe es. Ceterum Censio, Isonomia am Esser Sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss. Das war es geschehen. Vielen Dank.